Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt ist die Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Dort heißt es, Geliebteste, seid klug und wacht im Gebet. Vor allem aber habt beständige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne Murren. Wie ein jeder die Gnade empfangen hat, so verwaltet sie füreinander wie gute Schatzmeister der vielgestaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann wie Gottes Worte. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott verleiht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Evangelium an diesem Sonntag ist aus dem Johannesevangelium, 15. und 16. Kapitel. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er von mir Zeugnis geben. Auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus den Synagogen stoßen, und es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu tun meint. Das werden sie euch antun, weil sie weder den Vater kennen noch mich. Dies aber habe ich zu euch gesagt, damit, wenn ihre Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Wir stehen in der Vorbereitung auf das heilige Pfingstfest. Christus, der Auferstandene, ist in leiblichen Augen der Jünger entschwunden. Mit der Mutter Gottes durften die Jünger sich auf Pfingsten vorbereiten, durften die schönsten Exerzitien bekommen, die es je gegeben hat, nämlich von der Mutter Gottes selber. Aber sie hat sie bestimmt im Gebet ganz tief vorbereitet auf die Herabkunft des Heiligen Geistes. Und Pfingsten wird dann die Geburtsstunde der Kirche sein. Und die Kirche ist vor allem der Ort, wo Christus weiterhin die Wahrheit, die er auf Erden gepredigt hat, die er begründet hat, lehrt durch alle Jahrhunderte bis zu seiner Wiederkunft. Und dieser Ort der Wahrheit, diese Institution, die wird natürlich auch von der Gegenseite, vom Widersacher angegriffen werden. Der Teufel ist der Vater der Lüge und er versucht zu verdrehen, zu verdunkeln. Er setzt alles daran, dass die Wahrheit Gottes nicht zum Leuchten gebracht wird. Das kann eben, wie Christus heute jetzt in diesem Evangelium andeutet, so weit gehen, dass Menschen meinen, Gott, einen heiligen Dienst zu tun, wenn sie andere bekämpfen oder im schlimmsten Fall sogar töten. Das heißt für uns wachsam sein. Dieser Heilige Geist ist nicht etwas, was man einmal am Pfingsten erbittet oder was man in der Firmung bekommt. Nein, wir brauchen ihn ständig. Es ist Tag für Tag ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und diese Wahrheit Gottes will wie ein Licht gehütet werden. Mit großer Aufmerksamkeit, mit Demut und eben aus dem Geist Jesu Christi. Er hat uns alles gegeben. Er hat uns alles gesagt. Er hat gesagt, wie wichtig die Nächstenliebe ist und er hat uns alle Worte der Wahrheit anvertraut. Das aber im jeweiligen Augenblick zu leben, das erfordert diesen Heiligen Geist, der uns Sekunde für Sekunde helfen soll, das zu leben. Ja, so weitgehend, wie auch in diesen heutigen Texten anklingt, dass auch unser Reden, unser Sprechen nicht eitel sei, sondern so ernsthaft wie das Wort Gottes. Und die Heilige haben sehr, sehr oft mit dem Wort Gottes auch selber gesprochen. Das heißt, ihre Reden waren ganz angefüllt von Zitaten aus dem Heiligen Evangelium. Und wer ein waches Herz hat, spürt, ob einer, der für die Sache Gottes eintritt, in der Wahrheit steht, die Wahrheit predigt, oder ob er sich eben vom Vater der Lüge auch täuschen und verdrehen lässt. Haben wir also Mut, alle Worte Jesu im Herzen zu bewahren. Bitten wir täglich, ja vielleicht sogar stündlich, um diese Gnade des Heiligen Geistes, um im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Und erschrecken wir nicht, wenn bei einer großen Verdunkelung wie heute eben sogar fromme, in Anführungszeichen, fromme Menschen uns verurteilen, mit dem Finger zeigen oder sogar meinen, uns aus ihren Gesellschaften auszustoßen. Der Geist lässt sich nicht einsperren. Er wirkt lebendig bis heute. Und so wollen wir noch in diesen Tagen beten, komm, Heiliger Geist, komm herab, erleuchte uns, zeige uns die Wahrheit Gottes. Und so wollen wir noch in diesen Tagen beten,